Drei Playstation-Spieler. Ey guck mal, Aria ist hier. Bro, ich bin doch auch ein Fortnite-Kiddy, Leute. Alles Fortnite-Kiddy. Ich bin stolz ein Fortnite-Kiddy zu sein. Für Fortnite! Let's go! Für Fortnite, Leute! Wir sind die Fortnite-Kiddy. Wir sind die Fortnite-Kiddy. Aria ist auch, Trooper. Kriegt ein Handy erst mal von mir. Ich muss zum Optiker. Oh, pass auf, die gehen alle auf uns. Dürfen wir die nicht. Ich hab ja auch gleich einen. Aim ist auf jeden Fall vorhanden, Leute. Boah, Leute! Den geben wir gut. Nein, ich hab mal vergessen. Die Zone, Digga. Boah, was macht die Zone? Oh mein Gott, das ist scheiße. Ey, ich hab's mal vergessen. Ja, die gehen alle auf mich hier, Digga. Ja, scheiße. Okay, Loot ist Baba. Baba, Loot. Kannst du dich zum Anfang auch nicht bewegen, wenn du so runterkutzt? Ähm, ich bin eh immer damit beschäftigt, meine Waffen zu sortieren. Weg mit dir! Ja, Bro, eigentlich muss man wieder. Oh mein Gott. Bam! Nur im Buschcamp. Die kommt von rechts, die kommt von rechts. Pass auf, hinter dir. Vor uns. Ey, du kleine Einrichtiger. Bam! Das ist eigentlich unser... Ja, wir haben Grappler, Leute. Wir haben Grappler. Alles wichtig. Alles gut. Und weg mit dem Schmutz. Die fliegen gar nicht mal mehr weggefühlt. Jetzt aber. Ich treffe nicht. Jetzt aber. Oh, rein, rein. Oh mein Gott, Leute. Wichtig, wichtig. Nein, 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 nein. Sehr gut. Jetzt aber. Kurz fünf Jahre nachher. Ich hab nass. Nein! Nein! Ja! Ah! Scheiße, Digga! So knapp wieder. Oh mein Gott. Das ist der Supersmash-Modus, Leute. Das ist genau wie Supersmash. Vom Prinzip. Ja, okay. Übertreibt mal nichts, Digga. Supersmash ist cooler. Da oben. Schießen runter. Ja. Die kommen alle hier hoch. Ja, die müssen wir runter schießen. Die dürfen nicht hoch. Weg mit dem Schmutz. Da oben, da oben, da oben. Da oben, da oben. Ich bin so dumm, Digga. Das war meine Schuld. Komm rein. Du hast ein Sting ins Radars. Ja, meins ist drin. Pass auf, Zone kommt. Wir dürfen nicht rein. Wir müssen weiter nach vorne. Oh, stimmt. Es gibt gar keinen Fall, der Mensch. Ich dachte schon gerade. Hinter dir, hinter dir, Bro. Lins ist eine. Harry, ist auch schon bald bei uns. Hey, gut, Team. Kurz nachladen. Bro, die gehen ja alle auf mich, Digga. Oh mein Gott, Leute. Dieses Nachladen ist so eklig. Das ist so schlecht gemacht. Leertaste geht bei mir nicht. Mach mal einen Schuss. Haben wir gerade gemacht. Bro, Digga, hä? Wie sieht der mich denn? Wo ist denn der Airdrop? Da vorne. Ja, ist klar, Digga. Das Ding ist da stecken geblieben einfach. Die Waffen, die wir gerade auch haben, sind echt crap. Ich finde die echt geil, Digga. Weil Ziel kommt auf Pennern. Oh mein Gott, Leute. Wie gut ich mit der Waffe bin. Das ist halt einfach Kampfschrot. Ja, das war's. Oder auch nicht. Weg mit dir. Bro, ich hab's. Ja, schlag. Oh mein Gott, ich wär besser. Oh mein Gott. Digga? 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 Bro, das war real took meine Waffe gewesen. Ich hab so ne krankenhitz gelandet. Wir sind doch auch Erster jetzt. Nein, die haben auch ein Sieg. Die haben auch ein Sieg. Ah, okay. Was ist das denn? Das hier aufs Haus stellt. Ja, moin. Pass auf, da oben. Oh oh. Lass die in die Zone schießen. Ja, Upa Lumpa ist rechts. Ja? Ja, Happy. Weg mit dem Schmutz. Raus da. Rechte Seite. Wir sind ja bei der Zone. Ja, ja. Ich muss nur die Arrelaten an. Weg mit dir. Nice, haben wir. Nein. Ey, das ist so schlecht. Ich hab drei Kills gemacht. Ja, der macht erstmal Loser Emote. Bro, die haben eine Runde, erste Runde gewonnen. Er macht Loser Emote. Ey, Ju, wie geht's? Solange nichts mehr von dir gehört. Schade. Dass du dann nicht da bist. Aber uns geht's hier gut. Links markiert die Monkey, die Dunkey ist. Ja, geht. Wir müssen auf. Wir müssen auf. Wisst ihr was? Die Meta ist einfach wieder zu campen. Hab ich wohl vergessen. So funktioniert der Modus. Erst später reinkommen. Und warum soll ich jetzt meine Raketen schon wasten? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Digga. Geh doch durch hier. Oh mein Gott, das buggt der Modus ein bisschen. Mensch, das geht rein. Jetzt aber. Bam. Lass mich doch runter, Junge. Lass mich doch runter, du Ekliger. Ich mag den Modus nicht. Ich spiel den Modus noch nicht mehr, Digga. Das macht meine Raune wieder kaputt. Bro, du musst echt wieder campen. Was machen eigentlich unsere Teammates, Bro, die mal gefühlt, weil ich hab 12 Kills oder so, du hast 4, das sind all time alle Kills, die wir haben. Guck mal, ich hab 12, du hast 4. Bei mir steht sogar nur, dass wir 16 haben. Der hat 1 Kill gemacht, Bro, der Typ. Achso, okay. 4, 16 Leute, ich hab kurz falsch gerechnet. Der hat 1 Kill gemacht, der Typ. Hehehe. Du zackst, Digga. Ja. Sieg, Digga. Auf Wiedersehen. Nein, alles geschafft, Digga. GG, Bro. Schieß sie raus, Schomm, schieß sie raus. Ja. Nein. Einfach im Wasser. Weg mit ihm. Ich spiel den nicht mehr. Guck mal, bei Shani steht auch 13 Schüsse. Ich benutze die ganze Zeit Grappler, weil ich denke 13 Schüsse hab ich. Gleich hat er nichts mehr. Guck, 11. Ja. Und jetzt ist er weg. So eine Kacke, ey. Oh mein Gott, Leute. Ich krieg von dem Modus Brustschmerzen, weil mich das einfach so aufregt. Lass dich rausschießen. Ja, mach ich. Weg mit der Katze, ihr Hase. Weg mit dem Schmutz. Ey, ich kann nicht. Bro, das ist so buggy, Digga. Ich kann meine Dings nicht werfen. Bro, wir müssen hier rücken. Bro, ich hab so einen geilen Platz gerade. Wir müssen noch oben rauf, auf den Schiff. Ja, ich bin schon in der Nähe. Hallo, Ariel. Ja, hier kann man nicht geil campen, Leute. Ah, wir müssen raus. Ey! Ey, der Modus ist ein bisschen buggy, Leute. Ich sag euch ehrlich, Digga, das ist ja so anstrengend. 2-3, Bro. Okay, Leute. Lasst ihr da fünf Jahre campen. Versucht nicht einmal zu schießen. Schauen wir da was. Ey! Boah, ich dachte schon. Ich dachte schon, Leute, ich wollte ausfassen. Ich komm hoch, Shani. Ja, der eine muss gleich weg sein. Bam! Stark! Ja, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Safe, safe, safe. Wichtig. Komm, Leute, wir holen jetzt den Sieg. Kurz die campen wieder. Das ist Ariel, das ist Ariel irgendwo. Ey! Nein, 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 nein. Bro, du musst die da oben, da oben. Hab ich vor, hab ich vor, hab ich vor. Nice, nice, nice. Einer singt. Bro, nur noch diese komische, pinkhaarige. Die ist raus. Bam! Weg mit dir! Weg mit dir, Junge! Stark, stark, stark. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Nein, 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 sie noch. Ja, das ist Ariel, Liga. Wir haben gewonnen. Wichtig. Tor. Guck mal, komm. Scheiß 6-Modus. Das geht ja nicht. Jetzt so. Hä? Ich kann die Imo gar nicht machen. Was war das? Bro, ich gebe den Skin zurück. Ich will mein Geld wieder. Hey. Schiebung. Geil, Liga. Ja, als ob wir das noch gewonnen haben, ey. Wir haben so, also ich hab echt am Anfang verkackt.